Ja, ey. Meinst du, die hat noch Lust? Ich weiß nicht. Moin Meister. Pius, du geile Sau. Ah, wie ist es? Auf dich hab ich den ganzen Tag gewartet, ey. Mich hast du den ganzen Tag gewartet. Ah, wie lief die Solo-Q auf dem Main? Eins gewonnen, eins verloren. Und Plus gemacht? Also, wenn dann nur ein bisschen. Wie geht's dir, Pius? Ja, ganz gut, ne? Geil. Ich wusste ja, keine andere Wahl. Wie geht's dir? Gut, ich hab heute schon unterwegs, hab eingekauft, war die Hasen meiner Schwester füttern. Pius, hast du schon unseren Podcast mittlerweile bewertet? Nee, hab ich noch nicht. Mann, musst du nur in die Spotify-App gehen, kurz eine Sekunde rein und dann kannst du fünf Sterne geben. Ja, muss ich auch machen. Wir brauchen 1.000 Likes. So einen schönen Abend mit meinem Lieblings-Pius heute verbringen. Was sagst du, zu unserem Klassenleiter haben wir wieder gut eingekriegt, ne? Ah, super hinbekommen. Verdient. Ich würde schon gegen Kanji noch den vierten Platz ausspielen. Ding ist, wir haben halt immer so ein Hoch, wo wir richtig gut spielen und dabei mal droppt es dann komplett. Ja, aber ich sag dir, gestern war wirklich zu 90% die Bootcamp-Scheiße. Was ist das denn? Egal, nimm einfach mit. Wenn die nicht alle im Bootcamp gewesen wären, hätten wir die komplett überfahren. Sag ich dir, wie es ist. Was ist das, zum neuen Twitter-Logo und Twitter-Brand? Hab ich nicht gesehen. Das heißt jetzt einfach X. Das heißt jetzt einfach X. Das wird sich durchsetzen, oder was? Ja, das ist schon geländert, das Logo. Steht da immer dickes X. Level 3 ist es, ne? Oh, guck mal. Level 3 ist es. Und wenn ich dann so ein Schild hab. Wollen wir so richtig eklig sein, wie die ganze Zeit immer BM hier? Guck mal, sind wir ekelhafte. Kein Dings, ne? Wir können eigentlich mal reinhalten. Ja, machen wir. Wollen wir mal hier so ein bisschen drauf kloppen. Ja. Werden Hook, warden Hook. Acht, Acht, Acht. Es wird noch Flash, ne? Drei Sekunden E. Ja, es wird noch Flash. Nein. Hey, jetzt hat der Flash keinen mehr. Schmeckt. Oh, hier bleibt noch ein Schild. Zwei Sekunden E. Ich glaube, sie flasht. Ja, das schmeckt schon wieder. Ai, 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 ai. Ne, werf an Push, ich muss blazen unbedingt. Hast du so viel Gold? Ach, so viel Gold. Ich hab jetzt mein Ding. Jetzt hab ich mein Support-Minion-Rule. Wenn ich es jetzt verkaufe, ist das dann weg? Ja, ja. Es geht nur mit 1, 2, wenn es weg ist, ist der Buff auch weg. Echt voll geil. Echt voll geil, legit. Hab ich einfach mehr Gold gemacht. Du bist ungefähr gleich, als wenn du normal geformt hättest, oder? Ja, ja. Du bist zum Einschlafen Podcast-Hörer? Ne, ich bin eigentlich so ein Peace-Meet-Youtube. Peace-Meet-Youtube? Und nicht Push-Meet-Youtube? Ja, die machen so 50 Fragen zu irgendwas. Ich bin so Leute, die einfach ins Bett gehen und sich einfach ins Bett legen und schlafen. Also Psychopathen, oder nicht? Ja, sind's, sind's. Absolut. Möchtest du eigentlich überhaupt mehr Farm, oder? Klar. Ich brauch leider eine Weile. Fast ich bin richtig müde. Ich bin so, also wenn ich bei Franzi, also Franzi hier so, ich bei Franzi und wir eine Serie gucken, dann penne ich innerhalb von zwei Minuten weg. Das ist geil. Und alleine so auch relativ schnell. Keine Ahnung, 15 Minuten. Noch immer so für eine Folge. Ich gucke immer abends Netflix. Ja. Bis ich eine Folge habe, das sind immer so 10 Tage, weil ich von fünf Minuten schaffe. Da musst du dann immer von vorne anfangen, weil du nicht mehr weißt, wo du warst? Bisschen, aber ich bin noch so ein ganz komischer Seriengucker. Ich skipp auch einfach Sachen. Mir ist das nicht so wichtig, ob ich so irgendwann durch, ob ich die Hälfte nicht verstehe. Franzi kriegt dann immer einen richtigen Anfall. Wenn du irgendwas nicht verstehst, musst du dann immer wissen, was du verpasst hast und so. Ich denke mir immer so, oh, ist's auch egal. Oh, ist's auch egal. Alles drauf. Und raufkloppen da, hier schön die Keule. Zeigen wir mal. Ab aggro. Okay. Waren wir so. Waren wir fertig. Mir ist schon wieder Tilt, weil ich gestern habe ich eine Serie nochmal geguckt. Bin ich auch bei eingeschlafen, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich da bin. Was hast du denn geguckt? Quarterback heißt sie. Also Inter-Sport von drei Quarterbacks, die in der NFL spielen. Achso, ich denke, da geht es um Fußballer. Das ist halt so eine richtige Doku. Ich schaue momentan in die neue Witcher-Staffel. Ja, Witcher wollte ich auch mal ein. Ich habe mir nicht so Bock, so eine normale Serie anzufangen, weißt du. Also Serien auf Spanien nicht verstehst? Ne. Ich muss sagen, ich kann zum Beispiel auch, also Narcos kann ich zum Beispiel auch schlecht gucken, weil ich halt abends immer zu schlafen gucke. Wenn da immer die ganze Zeit Untertitel da sind, dann kannst du halt nicht einfach entspannen. Ich gucke ich Serien auch gar nicht, sondern ich höre nur zu. Ich drehe mich auf eine Seite und dann gucke ich gar kein Wesen, sondern ich höre einfach nur. Vielleicht da. Wollen die scheißen. Ja, das könnte man schaffen. Was? Das ist überwiebig. Ah, schade. Close. Close Kiste. Heute ist Windstreak Monday. Lauf. Keine Gefahr. Hier, habt ihr was? Einfach delivert, ey. Einfach delivert. Wenn jetzt Fahrer bei Volt sein läuft, dann mindestens Bestellwert. Komm, in die Gruppe, Brudi. Illegal. Ich habe gar keine Papiere da, wo sie ist. Okay. Ich werde dahinter. Drei Sekunden eh erst. Scheiße, das war ja richtig bad von mir. Hä? Ach so, weil wir das sagen. Ja, ja. Wir hatten Welt gemacht. Ey. Oh shit. Oh shit. Oh, die Sünder kommt im Long Run. Oh, das könnte ganz, ganz, ganz gut klatschen gleich. Das könnte so was von klatschen. Wie ruhig. Ich bin gleich da. Eins. Eins. Zwei. Oh, das klatscht. Nice, man. Hier siehst du es an einem neuen Song. Der könnte richtig klatschen. Welche Richtung? So Progressive House, I guess. Okay, keine Ahnung, was das ist. Warum fragst du das so dunlo an? Ja, ich wollte doch nur mal wissen, so. Für die Zuschauer. Cool. Fragen Sie sich ja, welche Musik kriegt man. Können Sie das verstehen? So sind die Gegner. Nur noch 100 Meter. Die ganze Musik kriege ich auch nicht. Die sind ja auch alles so fließende Übergänge. Aber super schwer, so Musik in eine Genre mal zu definieren, finde ich. Der Quest macht auch ekelhaft viel Damage. Hast du ja auch ekelhaft viel Damage? Ich. Nee, ich. Also. Ja. Ja, ey. Meinst du, die hat noch Lust? Äh, ich weiß nicht. Ja, ich verstehe dich gar keine Lust mehr. Da wäre ich sehr tilt. Ich hätte wenigstens ein Plate-Ding bekommen, wenn ich sie zurück zu Leiden kam. Den Damen, oder? Nee, nee, nee. Das ist bitte. Aber wir haben kein Damage für den. Ja. Versuche ich noch ein Plate-Ding. Die kleinen Siege nehmen, weißt du? Die kleinen Dinge. Und nur einen kleinen Finger nehmen, die die ganze Hand so. Mal töten. Meinst du, die hat noch? Da muss man weniger. Der Töschler ist wieder da. Der ist gleich tot, oder? Ich sehe schon wieder irgendwie. Ja, ich sehe schon wieder. Oh, beim Bestatter an, Pius. Hallo, ich darf uns viermal Rüdiger da. Wir haben hier einen Thresh. Am besten den Sack, der nicht so viel kostet. Ne, wir machen schön Urne und Seelbestattung. Oh, Scheiß, die Wandern. Was spielen wir noch? Ja, äh. Hey, komm, lass dich gleich sterben, wir so draus. Ja. Oder lebt ihr doch. Mit Daisy los. Wir spielen das, oder? Halt mich, ich halte uns hier an Daisy hoch. Ja, hallo, guck mal hier. Das ist noch ein Kassante. Das ist der Kassante. Zack. Das ist noch ein Schild für mich. Na klar. Wir brauchen doch ein paar mehr Särge, ne? Särge, mehr Urnen. Ordnen. Oh. Ach, Scheiß. Trotzdem gut, trotzdem gut, trotzdem gut. Bleibst du stehen? Ach, flash die einfach. Flash Abuser. Meinst du, die hat noch Lust? Meinst du, die hat noch Lust? Was ist das denn, hier, Pius? Äh, ich bin gerade in Botlane. Ja, aber das hier ist ja auch illegal. Aber die Graves kümmert sich schon drum. Okay. Okay, hast du irgendwas weggepflanzt, du? Oh, da kommt die P-Teuch. Ja, schieben wir. Bist du auch gleich da? Guck mal, hier links. Flash, schieben wir mal wieder. Your love, your love. Show me your love, your love. Ah, kommen sie ran. Bist du auch schon illegal unterwegs, oder nicht? Das ist schon wieder sehr illegal, was da passiert. Okay. Moin. Wie stehst du zu Paramore, Pius? Was? Paramore, was hast du dazu? Was ist das? Wie das, was ist das? Ah, Paramore, ich. Chat, was mache ich mit dem? Ja, oh, bin raus, Pius. Sehr viel Spaß noch. Alles klar, mein Lieber. Irgendwie schon alleine gamen. I love the stranger. Da hast du direkt einen anderen Partner gesucht. Merk ich mir. Ja, klar. Vielleicht bin ich mir anders gemeintet. Ich liebe Samira hat so kein Spaß an dem Spiel. Das ist eine gigantische Bildungslücke, würde ich fast sagen. GG. So geht es heute weiter, ne? Kein nix, Alvan, Toxic. So geht es weiter. Sagst du Panic at the Disco? Panic at the Disco ist gut. Die kennst du? Ja. Hattest du auch schon mal Panic in der Disco? Ja, klar. Echt? Jeweil, wenn ich in der Disco bin. Ich bin kein Disco-Dick-Gänger so. Dann kriegst du mal Panik? Ja, dann krieg ich mal Panik. Jeder kann tanzen. Nein. Ich mach's da mit dem Disco-Finger auf dem Dancefloor. Das kategoriert ja jeder hin. Ja, den Disco-Finger. Gut, aber der Disco-Finger sieht besser aus, denn der Disco-Finger sieht so ein bisschen wie Arsch aus. Wie, wie Arsch? Ja, wie Arsch.